Servus Leute und Herrlöchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht jetzt schon um den Monat Mai. Oh mein Gott, ich kann es einfach immer noch nicht glauben. Wir haben einfach bald Mai. Vier Monate von diesem Jahr sind dann schon rum. Und natürlich habe ich mir auch wieder ein neues Deckblatt gestaltet. Das werdet ihr demnächst dann auch auf meinem Etsy-Shop finden zum Herunterladen. Und all die anderen Vorlagen werde ich natürlich auch dann online stellen, dass ihr euch die runterladen könnt und entweder nutzt ihr sie dann digital oder so wie ich eben ausdrucken und dann einkleben. Ich habe das Ganze dann auch so erstellt, dass es einmal wirklich in Größe A4 ist, einmal in Größe A5. Ich könnte A6 noch probieren mit dazu zu machen in die Datei, aber ich glaube ganz ehrlich, dass das dann viel zu klein werden würde. Und dann könnte man am Ende wirklich gar nichts mehr hinschreiben. Vielleicht noch das Deckblatt, okay. Aber all die anderen Sachen dürften dann, glaube ich, etwas zu klein sein, denke ich mal. Ich habe mir diesmal alles wieder vorher hingelegt, dass ich einfach weiß, wo genau ich was machen möchte. Denn beim ersten Mal, ich hatte schon einen Versuch gehabt mit dem Filmen, nur das Problem ist dabei gewesen, dass ich das komplett verhunzt hatte. Und dann habe ich die Seiten einfach rausgerissen, weil das ansonsten, ja, es hätte einfach nicht gut ausgeschaut. Ich habe dann natürlich wieder die Budgetplanung gemacht. Die findet ihr auch einmal unten in der Infobox. Ich verlinke das auch nochmal separat, dass ihr da gleich direkt auf die jeweilige Seite kommt mit der Budgetplanung etc. pp. Die Sinking Fund Übersicht, die ist jetzt übrigens neu. Ich habe mich da auch total verschrieben gehabt. Das habe ich am Ende aber erst gecheckt. Auf jeden Fall habe ich die für mich jetzt einfach mal gemacht, weil ich die eigentlich ganz cool und praktisch fand, dass ich in meinem Bullet Journal an sich auch nochmal so eine kleine Übersicht über die Sinking Funds eben habe, dass ich sehe, okay, das und das ist eingezahlt. Das plane ich vor. Aber da kommen wir dann auf jeden Fall auch noch dazu. Am Donnerstag oder Freitag, ich bin noch am überlegen, ob ich die Zeiten von den Upload-Terminen vielleicht mal ein bisschen abänder. Ich hatte ja vorher mal Montag, Mittwoch und Freitag. Dann bin ich auf Dienstag, Donnerstag und Sonntag umgestiegen. Der Sonntag bleibt definitiv. Ich bin nur am überlegen, ob ich entweder Mittwoch, Freitag machen sollte oder Dienstag, Freitag. Da könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr da am besten findet. Und ja, soweit sind wir jetzt dann auch schon vom Designtechnischen her fertig mit dem Bullet Journal. Und jetzt geht es dann ans Ausfüllen. Also ich habe dann auch immer wieder mal ein bisschen spicken müssen, weil ich kann mir das alles ehrlich gesagt einfach nicht merken. Und dann habe ich wieder alles eingetragen, also die ganzen Einnahmen und natürlich dann dahinter auch noch die Zahlen, dann wie viel es insgesamt ist. Und bei den Fixkosten wollte ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen detaillierter aufschreiben. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich viel Sinn ergibt. Ich wurde dann auch gefragt, das habe ich glaube ich im letzten Video schon mal beantwortet gehabt, dass das irgendwie nicht transparent genug wäre, weil ja, was ist denn mit den ganzen anderen Kosten und Miete und was auch immer. Wie gesagt, falls ihr das Video jetzt zum allerersten Mal schaut. Hi, ich bin Mary und auf meinem Kanal dreht sich alles ums Thema Finanzen, Geld sparen, Familienalltag, Haushalt in den Griff kriegen und das alles mit super tollen Vorlagen, die ihr auf dem Etsy-Shop unten findet. Wie gesagt, ist alles verlinkt. Und es sind halt einfach manche Kosten mit dabei für eben die, die jetzt neu dazugekommen sind eventuell, die nicht ich bezahle, sondern eben jemand anders. Wer genau das bezahlt, das ist vollkommen irrelevant. Ich persönlich versuche wirklich mit einem sehr geringen Budget klar zu kommen und versuche einfach zu zeigen, dass man auch wirklich, ja, mit einem etwas niedrigeren Gehalt oder niedrigeren Einnahmen oder was auch immer, dass man da auch wirklich super zurechtkommen kann. Und da ich diesmal unten gefilmt habe, habe ich Anton wieder ausgepackt für all diejenigen, die mich von TikTok kennen, die wissen, wer Anton ist. Das war der Fail des Jahres. Und ich habe diesmal nämlich unten aufgenommen und nicht oben. Ich, ja, genau, das war so. Mein Mann hat nämlich oben den Kleinen gebadet gehabt und ich wollte das Ganze in Ruhe machen. Und darum habe ich mich dazu entschieden, das einfach unten in aller Ruhe zu filmen quasi. Es kann sich natürlich dann im Laufe der Zeit quasi immer wieder ein bisschen was ändern. Also es können vielleicht Thinking Fants hinzukommen oder Thinking Fants kommen weg. Ich werde demnächst auch noch ausrechnen, wie viel ich für den nächsten Monat dann insgesamt abheben muss. Und dann kommt eben auch das Cash-Stuffing wieder. Auf dieses Video freue ich mich wirklich am allerallermeisten. Jetzt kommen wir dann auch gleich zu den Thinking Fants. Da bin ich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen am Hin- und Herüberlegen gewesen. Ich wusste nicht so recht, ob ich jetzt für den Monat nur die Thinking Fants aufschreiben soll, die ich dann auch wirklich bespare in dem Monat oder ob ich all meine Thinking Fants aufschreibe. Da könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das handhaben würdet oder was ihr denkt, was vielleicht sinniger wäre. Ich dachte mir zum einen, naja, so eine komplette Übersicht, dass ich einfach auch sehe, hey, das und das habe ich bis dato schon geschafft. Wäre mit Sicherheit auch keine schlechte Idee. Darum dachte ich, könnte man das mal so machen. Ich habe dann auch noch die Zahlen übrigens hingeschrieben und da dann eben noch nicht ein Plus gemacht. Also überall, wo dann ein Plus steht, das wird dann entweder automatisch überwiesen oder es ist dann schon drin, wie unter anderem eben das fürs Auto oder für den Urlaub. Das ist ja alles auf Bondora. Das wird automatisch vom Konto abgebucht. Deswegen habe ich da dann auch ein Plus dahinter gemacht. Aber komplett um die Singing Fants und so weiter werden wir uns dann, wie gesagt, im Cash Stuffing kümmern. Da freue ich mich schon sehr darauf. Das ist ja mein liebstes Video und ich denke, euch gefällt das auch total. Natürlich habe ich dann auch noch den Monat geplant. Also ich habe mir da eben die Zahlen hingeschrieben, dass ich weiß, welcher Tag welcher ist und welcher Tag wohin gehört. Und so sieht am Ende dann das fertige Ergebnis aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist schlicht, es ist einfach und elegant. So finde ich das am besten. So gefällt mir das. Und ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefällt. Und wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Und ein kostenloses Abo könnt ihr auch immer gerne hinterlassen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.